Es ist nicht made in China, sondern in Südtirol gefertigt. Es hat grüßte Schurztasche, vierte Plastiksacke. Es ist nachhaltig und erbeitrag zum Umweltschutz. Denn Umweltschutz ist ein Heimatschutz. Es ist ein einheimisches und praktisches Geschenk für Jung und Alt. Für Mitarbeiter, Gäste, Freunde oder zum Geburtstag oder Weihnachten. Es ist ein sympathischer Botschafter unserer tollen Heimat Südtirol. Lust Heimat Zitrogen. No Melty!